In den Annalen der bewaffneten Konflikte heben sich einige militärische Einheiten über die standardisierten Erzählungen von Schlachten und Strategien hinaus, indem sie einen einzigartigen Ansatz zur Kriegskunst vorstellen. Von den antiken Spartanern bis zu modernen Spezialkommandos verdienen diese Gruppen Aufmerksamkeit aufgrund ihrer ungewöhnlichen Taktiken, außergewöhnlichen Missionen und einzigartigen Personalzusammensetzung. Das Erforschen ihrer Geschichten beleuchtet die Vielfalt und Anpassungsfähigkeit in den militärischen Traditionen verschiedener Kulturen sowie die Evolution der Kriegsstrategien im Laufe der Jahrhunderte. Schwarzer Legion, das ist ein einzigartiges Regiment in der Geschichte der Vereinigten Staaten, das während des Ersten Weltkriegs Berühmtheit erlangte. Auch bekannt als Harlem Hellfighters bestand es hauptsächlich aus Afroamerikanern. Obwohl sie mit Diskriminierung und unfairer Behandlung in der amerikanischen Armee zu kämpfen hatten, zeigten sie außergewöhnlichen Mut und Fähigkeiten auf dem Schlachtfeld. Sie wurden nach Europa geschickt, aber aufgrund von Rassismus in den amerikanischen Streitkräften wurden sie unter französisches Kommando gestellt. In Europa trugen sie französische Uniformen und verwendeten französische Ausrüstung. Trotz dieser Änderungen verloren sie nicht ihren Kampfgeist. Genau dort auf den französischen Schlachtfeldern zeigten die Harlem Hellfighters, was sie konnten. Sie kämpften mit großer Tapferkeit, nahmen an schweren Kämpfen teil und verbrachten mehr Zeit an der Front als jedes andere amerikanische Regiment. Für ihren Heldenmut und ihre Ausdauer wurden viele Mitglieder des Regiments mit französischen Kriegskreuzen ausgezeichnet. Dies war eine große Ehre, die ihren Wert und ihre Tapferkeit zeigte. Die Geschichte des Schwarzen Legions ist nicht nur eine Geschichte des Kampfes im Krieg, sondern auch des Kampfes gegen Ungerechtigkeit und der Suche nach Respekt und Gleichheit. Ihr Erbe ist ein wichtiger Teil der amerikanischen Geschichte und eine Inspiration für alle, die für eine bessere Welt kämpfen. Nachthexen? Das ist eine einzigartige Gruppe, die sich in der Geschichte als eine der berühmtesten Luftfahrteinheiten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs einen Namen gemacht hat. Bestehend ausschließlich aus Frauen, von Pilotinnen bis zu Mechanikerinnen, war dieses Regiment der einzige seiner Art in der Geschichte der Luftfahrt. Diese mutigen Frauen, angeführt von Marina Raskova, einer der ersten weiblichen Pilotinnen in der Sowjetunion, zogen an die Front, um gegen die deutschen Kräfte zu kämpfen. Sie flogen auf alten, hölzernen Flugzeugen Polycarpao Po II, die ursprünglich für Ausbildungszwecke bestimmt waren und nicht mit den damals modernen Kampfmitteln bewaffnet waren. Diese Flugzeuge waren langsam und flogen niedrig, aber die Stille ihrer Motoren war ihr größter Vorteil bei nächtlichen Missionen. Die Nachthexen spezialisierten sich auf nächtliche Bombenangriffe. Sie flogen ohne Navigationslichter und schalteten oft die Motoren aus, wenn sie sich den deutschen Positionen näherten, um unbemerkt zu bleiben. Ihr leises, schleichendes Vorgehen erinnerte an das Säuseln des Windes, was ihnen ihren berühmten Spitznamen einbrachte. Die deutschen Soldaten sagten, dass der Klang ihrer herannahenden Flugzeuge wie der Besen einer Hexe klang, daher der Name Nachthexen. Trotz der Gefährdung durch feindliches Feuer und schwierigen Bedingungen zeigten diese außergewöhnlichen Frauen unglaublichen Mut und Geschick. Sie führten ihre Missionen nachts durch, trotz des Mangels an fortgeschrittener Ausrüstung und Schutz. Ihre Aktionen hatten einen signifikanten Einfluss auf den Verlauf des Krieges, was ihnen sowohl Respekt als auch Furcht unter den Gegnern einbrachte. Kamikaze. Das ist ein Begriff, der verwendet wird, um japanische Selbstmordpiloten aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu beschreiben. Die Einheiten führten tödliche Angriffe durch, indem sie absichtlich ihre mit Sprengstoff beladenen Flugzeuge in die Kriegsschiffe der Gegner, hauptsächlich der amerikanischen Flotte, stürzten. Diese Taktik wurde von den japanischen Streitkräften im Jahr 1944 eingeführt, als klar wurde, dass die Überlegenheit der Alliierten in Ausrüstung und Ressourcen erdrückend war und Japan nach verzweifelten Methoden suchte, um die Kriegslage zu wenden. Die Kamikaze waren Teil der japanischen Kriegsstrategie, die das Opfern für den Kaiser und das Land über das eigene Leben stellte. Junge Piloten, oft schlechter ausgebildet im Vergleich zu ihren amerikanischen Gegenspielern, meldeten sich freiwillig, um diese Selbstmordmissionen durchzuführen, in dem Glauben, dass ihr Opfer ihren Familien und ihrem Land Ehre bringen würde. Viele von ihnen wurden durch intensive nationale Propaganda motiviert, die den Tod im Namen des Kaisers als den höchsten Akt des Patriotismus verherrlichte. Die Kamikaze-Angriffe wurden zu einem bedeutenden Element des Krieges im Pazifik, besonders während der Schlachten um Leite, Iwo Jima und Okinawa. Obwohl einige dieser Angriffe erfolgreich waren und viele alliierte Schiffe zerstörten oder beschädigten, änderten sie generell nicht den Verlauf des Krieges zugunsten Japans. Sie verursachten jedoch erhebliche Verluste und verbreiteten Schrecken unter den Besatzungen der alliierten Schiffe, die sich dieser neuen und furchterregenden Angriffsform stellen mussten. Kamikaze werden bis heute als ein Symbol der Verzweiflung und des extremen Opfers in Erinnerung gehalten, aber auch als eine Erinnerung an die Tragödie des Krieges, die junge Menschen dazu brachte, ihr Leben auf so dramatische Weise aufzugeben. Buffalo Soldiers Das ist die Bezeichnung, die schwarzen Soldaten in der Armee der Vereinigten Staaten gegeben wurde. Hauptsächlich Mitgliedern des 9. und 10. Kavallerie-Regiments, sowie des 24. und 25. Infanterie-Regiments, die in der westlichen Hälfte des Landes nach dem Bürgerkrieg in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts dienten. Der Name Buffalo Soldiers wurde ihnen von den Indianern der großen Ebenen verliehen, wahrscheinlich wegen ihrer dunklen, lockigen Haare, die an das Fell eines Biesens erinnerten, aber auch aus Respekt vor ihrer Tapferkeit im Kampf. Die Buffalo Soldiers spielten eine Schlüsselrolle bei der amerikanischen Expansion nach Westen, indem sie an einer Reihe militärischer Kampagnen teilnahmen, bei der Aufrechterhaltung der Ordnung in den neu eroberten Gebieten halfen, beim Bau von Straßen und Telegrafenleitungen, sowie bei der Funktion als Wächter der Nationalparks. Obwohl sie mit großem Einsatz dienten und Mut bewiesen, begegneten Buffalo Soldiers oft Rassismus und Diskriminierung, sowohl von Seiten des Militärs als auch der Zivilbevölkerung. Ihr Dienst half, den amerikanischen Westen zu formen und war ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum Verständnis und zur Akzeptanz von Afroamerikanern in der amerikanischen Gesellschaft. Trotz der Schwierigkeiten, mit denen sie konfrontiert waren, erlangten die Buffalo Soldiers Anerkennung für ihre Professionalität und Effektivität und hinterließen ein dauerhaftes Erbe in der Geschichte der US-Militärgeschichte. Ihr Erbe ist eine Erinnerung an ihren Kampf für Gleichheit und Gerechtigkeit, was auch heute noch von Bedeutung ist. 300 Spartaner Das ist ein Begriff, der sich auf eine kleine Gruppe von Kriegern aus der Stadtstaat Sparta bezieht, die während der berühmten Schlacht bei den Thermopylen im 480. Jahr vor unserer Zeitrechnung während der griechisch-persischen Kriege kämpften. Angeführt wurde diese Gruppe von König Leonidas I. Die Spartaner waren bekannt für ihre strenge Erziehung, außergewöhnliche Disziplin und das Opfer, das sie in die Kunst des Krieges steckten, was sie zu einigen der furchtlosesten und effektivsten Kriegern der antiken Welt machte. Die Schlacht bei den Thermopylen, in der die 300 Spartaner kämpften, war eine Konfrontation, in der eine kleine griechische Streitmacht, einschließlich der besagten Spartaner, versuchte eine enorme persische Armee unter der Führung von König Xerxes aufzuhalten. Trotz der erheblichen numerischen Überlegenheit des Gegners, gelang es den Spartanern, den Vormarsch der Perser für drei Tage aufzuhalten, was durch einen engen Pass zwischen den Bergen und dem Meer möglich wurde, der die Manövrierfähigkeit der Angreifer einschränkte. Obwohl es den Spartanern und ihren Verbündeten letztendlich nicht gelang, die Perser aufzuhalten, wurde ihr Mut und Opferbereitschaft legendär. Die Geschichte der 300 Spartaner, die ihr Leben für die Freiheit und Unabhängigkeit Griechenlands opferten, wurde zu einer Inspiration für viele spätere Generationen. Der Tod dieser Krieger war nicht umsonst. Ihr Opfer inspirierte die griechischen Stadtstaaten zur Vereinigung gegen die Perser, was letztendlich zum Sieg der Grieche. Die Geschichte der Grieche